Ich bin in deiner 6, ich komme jetzt auf deine 9. Ich bin in deiner 4 bis 5 Uhr. Ja, ich bin in deiner 6. Ich bin in deiner 4 bis 5 Uhr. Mit 6 Uhr. Ich kann sie ruhig wieder vorne hinsetzen. Wer ist das denn hier? Ach, irgendein Fremder. Oder es ist Gylon, Karagia oder Louis, der uns ärgern will. Nee, nee, ich bin noch kommt. Oder Conti. Du hast den Saive abgeworfen, Hanseat, gell? Jo. Ja. Ja, auf der Höhe sind die, glaube ich, wirklich dann fast an derselben Stelle eingeflogen. Also fast nicht gestreut. Wer ist denn jetzt in deiner starken Lisa hier? 3 Uhr. Weiter entfällt der Kontakt. Wer ist denn hier in deiner starken Lisa jetzt? Bei French Point, bei den französischen Clipons sind eindliche Kontakte. Siehst du das? Ganz hoch. Zwei Kontakte, in Karagia. Wir sind gerade über Dover. Oh, ich habe... Ja, Flak. Bin ich dem falschen gefolgt? Hm, Hanseat, die sind gerade in einer engen Formation. Was denn? Achso, ja. Eine Spitze, die strafet ihm Tiefflug in Flugfeld und die ist natürlich wieder mal voll egal, dass sie beschossen wird. Hanseat, geht rauf, ich folge dir. Oh Mist. Aber versuch ein bisschen Höhe zu halten. Ja, ne, die sind über uns hier. Äh? Jetzt über Wasser. Jetzt über Wasser? Auf unserer drei Uhr ist eine ganz, ganz hoch. Oh, ist ja ganz oben. Wir haben die E4B, da brauchst du das gerne wieder anfangen. Ja, ist so. Über 4.000. Über Hallo 40 brauchst du mit einer E3B eigentlich nicht mehr mitmachen. Achso, und einer ist noch korrekt, weil er doofe. Äh, gute Nacht, Conti. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Äh, Balthasar, erlebe ich dich die nächsten drei Tage mal nüchtern oder soll ich mich sozusagen jetzt schon von dir verabschieden? Ne, was ist los? Ne, eigentlich geht es noch. Ne, tschüss. Bis morgen. Genau, bis dann. Tschau. Tschüss. Boah, da sind wir mal ordentlich flack hier und wegen einer einzelnen Speedfire. Ähm, okay Jungs, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hab euch jetzt verloren. Ja, ich bin auch ganz... Ja, zwischen Volkswagen und Dover bin ich jetzt. Priet und Dover, hu. Da ist ein hoher Kontakt. Auf welcher Hallo seid ihr denn? Ne. 48, Entschuldigung. Na, ich bin jetzt Hallo 52. Boah, so, was wollt ihr denn da oben? Die frische Luft genießen. Da geht deswegen eine, ein Kontakt geht runter, ich kann's noch nicht erkennen. Ja, das ist eine 109. Das ist eine 109, die runter geht. Ja, 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 ja. Ich geh auch grad runter. Ja, da berühre, ja. Eine 109, in einer leichten Roll, kriegt glaube ich sechs. Das ist negativ, da ist eine 109, das ist, äh, eine Hurricane greift. Ja, ja, Viktor, genau, ne. Südlich der Schiffe, oh, Rappkollision, oh, Rappkollision, oh, Rappkollision, oh, Rappkollision, ja. Und, fliegt er noch? Hurricane fliegt noch. Ne, aber geht runter, schauen, die geht. Ohne Leitwerk hinten. Ja, die macht nix. Ich stütz gerade auf eine Hurricane, die über den Schiffen fliegt. Hallo etwa? Hallo, ungefähr 15. Viktor. Fliegt jetzt ostwärts über die Schiffe raus. Boah, das, ich muss mein Cache unbedingt leeren, da, überall noch Müll in der Luft. Das hat nix damit zu tun, glaube ich. Das fandst du nicht? Ja, ich glaube schon, dass es kleinseitig ist. Also, ich glaube, wenn er jetzt Disconnector... Okay, eine Hurricane, hallo, 12 jetzt, na, Wolf über den Schiffen. Karaya, könnte das deine sein? Ich hab meinen vor kurzem auch ausgelasht und ich hab den Müll halt genauso gesehen in der Luft. Viktor, 1, 2, 40, ja, schöne Treffer. Ja, sehr schön. Ja, hab ihn zerschossen. Was, er, er hat Wasser. Dein Senkrecht runter zu gehen, oder? Negativ fängt sich. Ja, ich geh nochmal drauf, der steckt hoch. Ich bin dahinter, ich bin dahinter, ich bin dahinter, ich bin dahinter. Vorsicht, Titor, ich komm, das rein. Ja, hab den auch ein paar mitgegeben. Ja, hab den auch ein paar mitgegeben. Ja, hab den Dreck. Ey, 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 da schießen noch alle drauf, he. Und einer kollidiert. Vorsicht, Vorsicht, da kommt von hinten. Ja, und wer? Balthazar, ja, ist richtig. Vorsicht, ach so, noch einer. Ey, ey, ey. Mein Gott. Ja, das kommt davon. Was? Ey, ey, ey. Wenn man zu viel trinkt, was? Scheiße, Alkohol. Am Steuer. Wenn da alle noch abstauben wollen, he. Ja, ehrlich gesagt, wollte ich gerade wirklich abstauben. Wie ist der? Sehen Sie mal, na ehrlich. Jetzt sind bisschen mehr Möchel. Der Rät jetzt hier in Kontakt, der reinkommt. Der Rät Baron, der hatte aber richtig ein schlechtes Gewissen gehabt, Leute. Wo hat denn? Da hat aber einen abgeschossen und dann warst du ein eigener. Scheiße. Der Neue, ne? Ja, das gehört dazu, ne? Echt, das war so geil. Scheiße, richtig schlechte Laune gekriegt. Ah, 109 mit Südkurs Richtung Frankreich kriegt eine 6 von der Spiti. Wird gerade beschossen, hat eine Fassrolle geflogen, die 109. Stützt runter. Ist keiner von uns, oder wie? Nein, 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 aber ich bin davor. Ja, Spiti zieht hoch, 109 ist direkt runtergegangen. Victor, ich. Ah, sie stützt mit Vollgas Richtung Frankreich. Spiti ist noch immer über den Schiffen. Ja, Victor, berühre. Bist du gerade dran vorbeigeflogen? Das war ich. Nein, ich bin zwischen den Schiffen und der Küste, circa auf halbem Weg. Ich bin jetzt auf der 3 Uhr Position. Der Spiti dreht auf mich ein. Ich denke mal, dass er mich jetzt nicht im Moment sieht. Naja, die ist ja auf zweieinhalb. Ich muss noch steigen. Oh, hat die mich nicht gesehen? Oh, dann bleib ich mal tiefer. Ich glaube, die hat mich nicht gesehen. Ich sehe einen Kontakt über der Spiti, glaube ich, auf halbem Weg. Ah, ja, 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 komm, bleib so, bleib so. 35 bin ich hier, Richtung French Front. Nee, ist einer Rolf, fliegt Richtung Hawkinsch. Dürfen er es wirklich sein. Nee. Ist definitiv keine 109. Ja, die ist Schrott. Also, naja, nach Hause kommt die so nicht mehr, aber, oder? Ja, Sven, du das bist hier bei den Schiffen. Du hast Richtung Hawkinsch einen Kontakt über dir. Ich gehe jetzt gerade runter. Na, nach Hause sollst du doch nicht kommen. Ja. Also, ich konnte durch den Flügel durchgucken. Guck, dass uns bei der Spiti noch nicht zu viel ist. Das war's. Ah, aber die hat ja schon zwei Ruder verloren. Aber das müsste es gewesen sein. Ähm, ich sehe jetzt keinen Kontakt hier. Ja, ein schönes Stückchen wird weg. Okay, danke. Oh, ich habe immer noch Flak auf meiner Höhe, obwohl ich schon mal zu Hause bin. Ja, das ist, nee, das ist von der Spiti noch. Okay. Ey, sag bloß, ich fliegt immer noch da unten rum. Das gibt's doch gar nicht. Ist jetzt noch ein zweiter Kontakt, kommt rein, vor mir. Eine 109. Ne, 209er hier, über den Schiffen. Oh, eine 110, wo will die hier nehmen? Ne, 209er hier. 9 Flak schießt Oh, überschitten Ja Ja, Viktor, ja Verdammt, ich bin aus Versehen in einer E1 gespawnt Na egal Das ist Schicksal Nee, das ist Alkohol Ey Jungs, so schlimm ist es ja nun wieder auch nicht, ne? Also mach ihn ja nicht kennen Man merkt es doch, man merkt es doch Über den östlichen Schiffen sehe ich jetzt keine Kontrast Naja, Fakschießt doch nicht mehr Okay Texto-Qualität Jo Texto-Filterung bei mir hieß es Qualität aber wie es bei den ATI-Teilen heißt keine Ahnung Texturfilterung was hast du da gesetzt? hohe Qualität? hohe Qualität, ja das war schon drin bei mir wir sind noch ganz fein zu sehen aber meistens gar nicht mehr wir haben gerade die gerätselt wo so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020